Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu CinemaNWIL aus Liebe zum Film. Ja im heutigen Video geht es, wie man unschwer erkennen kann um Brightburn Son of Darkness. Das D-Book habe ich mir ja letztens erst gekauft und ich finde es richtig klasse. Ist matt gehalten und wir haben keinen Schriftzug auf der Vorderseite, aber auch auf dem Backmotiv. Ist ein schönes Artwork zu sehen und keine Credits oder sonstige Schriftzüge drauf, das gefällt mir gut. Die Gesamtansicht ist sehr stimmig, es ist etwas dunkel gehalten, aber ich finde es dennoch passend zum Film. Das Innenartwork, ja das hätte man jetzt ein bisschen besser gestalten können, aber es passt halt auch sehr gut zu dem Film und genauso verhält es sich mit der Disc. Also man kann sagen, eigentlich schon ein rundum gelungenes D-Book, auch wenn ich jetzt nicht so der allergrößte Freund von matten D-Books bin. Jo, kommen wir zum Film. In dem Film geht es um eine Familie oder besser gesagt ein Ehepaar, das schon länger zusammen ist und versucht Kinder zu kriegen, aber es gelingt ihnen leider nicht. Eines Tages knallt dann plötzlich ein Raumschiff von Himmel und an Bord befindet sich dann ein kleines Baby. Das wird natürlich von der Familie liebevoll aufgenommen und wie das eigene Kind großgezogen. Am Anfang ist auch alles richtig cool, aber sobald der Junge da so 12, 13 Jahre ist, scheint er nicht nur in die Pubertät gekommen zu sein, sondern auch andere Dinge mit ihm nicht mehr zu stimmen. Es passieren ein paar mysteriöse Vorfälle und man merkt plötzlich, das Kind wird angetrieben von einer ganz anderen Kraft und wird plötzlich total bösartig und rastet richtig aus. Jo, soviel einmal zur Story. Was ich ein bisschen schade an dem Film finde, ist, dass man gleich zu Anfang an sieht, dass der Junge praktisch ein außerirdisches Wesen ist und später dann super Kräfte bekommt, die aber nicht zum Guten nutzt, sondern um bösartige Dinge zu tun. Damit nimmt man den Ganzen schon von Anfang an ein bisschen so dieses Mysteriöse und diese Spannung. Man wartet eigentlich nur drauf, okay, wann tickt der Junge jetzt richtig aus. Im Vorfeld wurde ja spekuliert, ob das vielleicht die Geschichte von Superman in einem anderen Universum erzählt ist. Sony ist jetzt hier der Herausgeber von Brightburn, besitzt aber natürlich keine Rechte am kompletten DC-Universum. Aber zum Schluss hin sage ich euch, bleibt mal sitzen bis zum Abspann und lasst den Abspann auch laufen. Dann kommen ein paar richtig geile Anspielungen und vor allem zum Thema Fisch, zum Thema Hexe und dann auch zu jemandem, der ein bisschen aussieht wie Superman. Also da werden Aquaman und Wonder Woman auf die Schippe genommen und man denkt sich so, wow, cool. Hoffentlich gibt es noch einen zweiten Teil, denn der Film, er weiß definitiv sehr zugefallen. Er hat ein sehr geringes Budget gehabt, zwischen 6 und 10 Millionen Dollar wird es so tituliert. Es schwankt von Seite zu Seite, aber es ist erstaunlich, wie viel man mit so einem kleinen Budget rausholen kann. Also er reizt es vollkommen aus und er sieht richtig absolut hochwertig aus. Produziert hat den Film James Gunn und ja, ich glaube, ein Drehbuch mitgeschrieben hat einer seiner jüngeren Brüder oder so. Brüder ist auf jeden Fall nicht falsch, wenn man solche Connections hat. Top sieht der Film aus, hat kein überbordendes CGI oder so. Es sind ein paar computeranimierte Effekte, aber das passt, das integriert sich wirklich sehr gut. Du hast keinen, den typischen Slapstick-Humor oder kindischen Humor, wie jetzt in diesen anderen Marvel-Filmen jetzt zuletzt zu sehen war und immer mehr wurde mit blöden kindischen Sprüchen. Das passt, er hat so teilweise echten, derben, schwarzen Humor auch hier drin. Die Schauspieler sind richtig gut, allen voran Elisabeth Banks. Also da spürt man richtig die Zerrissenheit, die sie da fühlt, die sie mit dem Kind mitfühlt, weil sie ja keine eigenen Kinder haben kann. Und dann sieht sie, wie ihr Sprössling sozusagen, den sie hier so liebevoll erzogen hat, immer böse und böser wird. Und während sie am Anfang gar nicht glauben kann, dass er zu solchen Gräueltaten fähig ist, stellt sie dann schließlich am Schluss schon fest, dass es so ist. Und ja, muss ich eingestehen, dass das ein richtiges Monster ist, das sie da auch bei sich aufgenommen haben, ein richtiges Alien-Monster. Denn wie gesagt, der Junge entwickelt Superkräfte, er kann fliegen, er kann auch mit den Augen so Strahlen aussenden. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht so übertrieben irgendwie dargestellt, sondern schon alles irgendwie geerdet, auch wenn die letzte Szene richtig abgespaced ist. Für Leute, die den Film gesehen haben, die wissen bestimmt, was ich meine. Aber ich finde ihn dennoch bodenständig, ernsthaft erzählt und konsequent auch von Anfang bis zum Schluss. Er hat auch die nötigen Härten in ein paar Momenten, dachte mir, hoho, was ist denn hier passiert? Er hat eine FSK 16, die ist absolut gerechtfertigt. Er ist schnell vorbei, ich finde das super. Er wird nicht irgendwie großartig in die Länge gezogen. Man versucht ein bisschen Backstory zu erzählen, aber nicht so viel, das passt. Und er ist richtig schön, ja, zügig erzählt, 90, 91 Minuten. Auch das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich finde, da wäre noch ein Tick mehr drin gewesen. Wie gesagt, wenn man nicht am Anfang gleich die Katze aus dem Sack rauslässt, dass es ein Alien ist und so und auf der Erde gelandet ist, sondern ein bisschen damit mehr gespielt hätte, dann das Raumschiff, mit dem der Junge landet, das versteckt die Familie dann in so einem Keller und der Junge tut eine Art Schlafwandeln und ihn wird immer zu diesem Ding hingezogen, zu diesem Raumschiff. Und ja, man fragt sich, was ist denn eigentlich da los? Warum wird er da hingezogen? Was hat es damit auf sich? Und so hätte man das noch ein bisschen spannender verpackt, dann wäre es ein absolut Bombenfilm gewesen. Aber auch so hebt er sich eindeutig klar von der Masse, vom Mittelmaß ab und deswegen bekommt Brightburn von mir eine 8 von 10 Punkte Bewertung. Leute, auf jeden Fall von mir definitiv eine Filmempfehlung, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film zu sehen. Es ist echt was willkommen. Anderes in diesem ganzen Superhelden-Universum und ich würde mich echt freuen, wenn es weitergeht mit diesem Film und vielleicht sogar eben mit diesem Justice League bloß auf Böse gemacht, aber natürlich nicht mit Superman, Batman, Wonder Woman und Aquaman. Da fehlen die Rechte dazu. Aber die Anspielungen, wie gesagt, beim Abspann, guckt es euch an. Macht auf jeden Fall Spaß. Das war es von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus. Ich bedanke mich fürs Zusehen.